mohoi in folge 577 und zenith könig geführt einfach nicht auf weiß weil der evolved und pipapo und karmicin popo gibt es alles aber ich stehe total auf 10 der könige und danach gehe ich an das karmicin und popo set eventuell ran es kann aber auch sein dass ich noch ups war ich das jetzt ja ein anderes set noch vervollständige und lächeln mein chilling rain reinschauen oder so kann ich jetzt nicht sagen ich kann nicht ganz so weit mit zukunft sprechen erst mal schauen was wir heute hier ziehen wir haben ein tank ruf und ein bieber wie die zahm biedorf ja super nehme ich gerne mit und dann bis morgen freunde macht's gut